Hallo und herzlich Willkommen zu MoTeC 2018 in Stuttgart, hier auf dem Haibien Messestand. Wir bei Haibien bringen Bewegung in Form, zum Beispiel als Profilschienführung. Wie das bei uns noch aussehen kann, verrate ich Ihnen jetzt. Auch dieses Mal sind unsere Spezialisten vor Ort, um Sie zu Ihrer Applikation zu beraten. Ob Handling oder Pick-and-Place-Anwendung oder in unserer Laser Schwert Show. Unsere 6-Achs-Roboter machen in jeder Aktion eine gute Figur. Bestimmt haben Sie schon eigene Ideen zum Einsatz unserer Roboter. Kommen Sie vorbei, unser Experte erwartet Sie schon. Ein weiteres Highlight hier auf dem Haibien Messestand, unsere Linea-Achs-Familie HX. Egal was Sie bewegen oder positionieren möchten, mit unserem flexiblen Baukastensystem mit drei verschiedenen Antriebsarten, können Sie sich die Achse zu Ihrer Applikation individuell zusammenstellen. Und auch dieses Jahr gibt es zu MoTeC Neuigkeiten von unseren Linea-Achsen. Schauen Sie mal. Für alle, die als Kind schon gerne mit Lego gespielt haben, haben wir jetzt genau das Richtige. Egal ob einfacher Kreuztisch oder komplexes Mehrachssystem. Mit unserem neuen Adapterkonzept können Sie beliebige Axtypen miteinander kombinieren. 90 Adapter, 100% Flexibilität. Probieren Sie es aus. Sie möchten auch etwas bewegen? Dann besuchen Sie uns hier auf der MoTeC in Stuttgart in Halle 8. Sie sehen uns. Sichern Sie sich noch schnell Ihr kostenloses Ticket mit einer E-Mail an info-at-hiwin.de und erleben Sie mit uns Bewegung in Ihrer schönsten Form. Wir freuen uns auf Sie! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!